einen wunderschönen guten abend fast schon liebe zuschauer zum jetzigen jfd live trading tv um ja kurz nach 5 17 20 haben wir es und wir wollen uns jetzt mal hier den ölpreis genauer anschauen der sich hier natürlich schon wieder aufmacht wirklich war ich wahrlich explosiv fortzusetzen ich muss mal kurz hier den tab stumm schalten so bin zu hören bin zu sehen das ist gut wie jetzt wie gesagt wollen wir uns mal wti anschauen nachdem ja gestern hier in wien die ja überall einstimmung getroffen wurde im sinne der reduzierung also sozusagen eine art angebotsverknappung und das führte natürlich gestern schon zu enormen zuwächsen dazu hat mir auch gestern ein entsprechendes update gefahren und ja die aussicht dass wir hier in richtung 51 52 dollar e barrel steigen sollten war gegeben deswegen auch dieser blaue tendenzpfeil von zuletzt praktisch und ja heute direkt das ziel erklommen sozusagen und jetzt ist hier genau in diesem punkt eben die hochspannung angesagt der ölpreis das notiert hier an den hochs die wir im sommer gesehen haben beziehungsweise jetzt hier zuletzt im oktober und genau dieses widerstandslevel ist jetzt eben das interessante gretchen das zünglein an der waage tatsache ist wir haben zunächst nicht neue tiefs gemacht wir sind hier nicht nach unten gelaufen mit diesem explosiven fundamentalen rückenwind hat das wti jetzt hier letztlich einen ganz klaren zuspruch bekommen nicht nur wti auch die ölsorte nordsee ölsorte brennt ja ähnlich explosiv wti aber wie gesagt jetzt hier mal das maßgeblichste und da sehen wir eben hier genau das verhalten an diesem widerstandslevel und man muss unterstellen auch wenn die saisonalität kurzfristig noch ein stück weit nach unten dippt sie sehen hier ab dem zweiten dezember haben wir hier saisonalen rückenwind und das soll heißen wenn der ölpreis hier tatsächlich zugegebenermaßen heute vielleicht jetzt nicht mehr das hoch vom 19 oktober überwindet aber die wahrscheinlichkeit dass das morgen passiert sehe ich als sehr hoch an obacht geben auf die non von payrolls morgen 14 30 über das arbeitsmarktbericht das kann immer noch mal wieder für turbulenzen sorgen sowohl beim dollar als auch bei den verschiedenen rohstoffen öl wie gesagt dann durchaus auch immer mal wieder im fokus halten tatsache ist aber dass es nicht schlecht aussieht und dass es hier durchaus zu einem ausbruch kommen kann es gibt letztlich nur zwei optionen entweder schadet der ölpreis kurzfristig setzt leicht zurück mit leicht meine ich wirklich jetzt vom aktuellen niveau sollten wir tunlichst nicht tiefer als 49 48 60 etwa zurückgehen wäre sozusagen hier mal die alternative falls der ausbruch tatsächlich nicht klappt muss man definitiv immer unterstellen dass auch das passieren kann dann werden rückläufe wie gesagt hier zu diesem fibonacci level umgedreht nicht 1 68 sondern 38 2 möglich also hier völlig komfortabel der rücksetzer und auch nicht dramatisch wenn es denn passiert nur wesentlich tiefer sollte es nicht gehen wir haben auch hier diesen kurzfristigen aufwärtstrend das sollte wie gesagt alles im prinzip nicht unterschritten werden aber wenn es zu so einem rücksetzer kommen sollte morgen dann wäre das hier durchaus ein mögliches alternativ szenario allerdings eben durch die saisonalität und die dynamik die wir hier zuletzt erfahren haben könnte es auch sein dass wir dann direkt morgen noch mal auftrieb kriegen in der nächsten woche dann sozusagen einen klassischen pullback feiern und dann weiter nach oben raus ziehen das will ich nicht für unwahrscheinlich erachten denn wie gesagt es kann morgen hier durchaus noch mal einen richtigen schub geben der den ölpreis nach oben treibt und wenn wir uns jetzt mal ein stück weit raus scrollen deswegen habe ich das fibonacci retracement bzw extension level hier so gelassen da wir dann hier praktisch die 161 achter projektion im sinne des goldenen schnittes hätten im sinne dieser konsolidierung diesen dieses möglichen ausbruchs wäre hier 58 05 dollar das nächste ziel und wir haben auch hier zu scrollen aus dem chart raus ein früheres widerstands level ist so so jetzt nicht zu sehen aber ich hole es gleich noch mal rein dieses niveau oder sage ich mal eher eine stauzone war es die sozusagen hier im letzten handelsjahr von interesse war und diese zone kann hier durchaus als erreichbar gelten genauso haben wir auch hier noch mal so ein zwischenstück auf diesem level hier das wie gesagt passt eigentlich ganz gut ins bild im sinne einer möglichen konsolidierung deswegen schauen wir uns wti jetzt hier mal ein stück genauer an also so das wären die widerstandslevel auf der oberseite aber auch entsprechende ziellevels die das wti öl jetzt hier durchaus erreichen kann da wie gesagt fundamental rückenwind gegeben ist angebotsverknappung kann hier nur dafür sorgen dass der preis eigentlich weiter steigt wenn das so bleibt und das sieht saisonal eben auch jetzt sehr sehr gut aus kann man hier durchaus von weiter steigenden preisen ausgehen wir bei jfd brokers haben ja auch hier die mini kontrakte auf das underlying wti sozusagen die mini sifties die sie auch handeln können und das wie gesagt mit purer transparenz ohne fakes ohne in haus handel oder irgendwelchen preisspielereien testen sie uns bei jfd ich hoffe ich konnte ihnen jetzt mit diesem kleinen review auf den ölpreis ein mehrwert liefern warten wir mal ab wie der tag heute endet warten wir mal ab was morgen zum wochenschluss passiert aber wenn wir per wochenschluss über 52 30 rausgehen dann dürfte es hier im dezember grundsätzlich mit dem rückenwind der saisonalität weiter nach oben gehen so dann liebe zuschauer werden wir schon durch für den heutigen tag wir haben heute einige sendungen gefahren ich hoffe es hat ihnen gefallen letztlich content der meines erachtens durchaus wichtig ist und auch hier für aufklärung sorgt wenn sie es mögen klar der daumen hoch das hilft uns immer positives feedback nicht minder und ich wünsche jetzt ihren erst mal einen schönen feierabend wenn er denn dann kommt in diesem sinne lassen sie es gut gehen auf bald christian kämmerer und tschüss schlafen ja ja